Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Part NARCRAFT. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Die Sucht kickt und wir sind mal sehr gespannt, was heute alles so abgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Caro an der anderen Leitung wünscht euch auch ganz viel Spaß. Die wird nur gerade voll bombardiert mit Zaps und Bits und deswegen lassen wir die einfach mal in Ruhe und wir starten aber schon mal rein. So, ach Leute, wir haben ein bisschen was gemacht off-camera. Ich zeige euch das jetzt schon mal, bis Caro im Spiel ist. Beziehungsweise ich. Ich habe hier... Wir brauchten ja auch eine Inneneinrichtung, ne? Also wir haben jetzt Nachttische. Es sind eigentlich Küchenschubladen, aber ich finde, das sind auch perfekte Nachttische. Dann haben wir hier eine schöne Tafel zum Essen. Man kann sich natürlich auch einfach hinsetzen und die Aussicht genießen. Oh, wir sollten mal schlafen. Eine Sekunde bitte, eine Sekunde. Ähm, fand es immer noch geil, wie du einfach bei der Ansage sagst. Ja, Caro ist auch dabei, sie wird nur voll geballert. Ja. It is what it is. So, dann haben wir hier noch ein schönes Sofa, ne? Das ist auch ein... Oh, nee, das war jetzt nicht geplant. So. Dann haben wir hier auch nochmal... Hallo! Ey, nee, ich muss das da weg platzieren. Das nervt. Dann haben wir hier auch nochmal eine wunderbare Küchenschublade. Und hier oben haben wir dann noch einen Schreibtisch. Wenn wir mal arbeiten müssen, uns einen Plan austüfteln. Ich glaube, hier unten haben wir nicht viel angepasst. Ich glaube, wir haben ein paar Kisten mehr. Beziehungsweise hier habe ich noch so Säge, Steinsäge und sowas. Keine Ahnung. Sonst ist hier alles beim Alten. Draußen haben wir, glaube ich, auch nicht wirklich was verändert. Also Leute, wir haben hier wirklich einfach auf euch gewartet. Es ist, ähm... Obwohl doch ein bisschen was. Also hier stehen jetzt Blümchen. Hier habe ich einen Zaun. Platz. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Spiel gemacht habe. Was nicht. Einen Zaun haben wir jetzt hier. Also hier so einen kleinen Blumengarten. Und ich habe hier so ein paar Treppen platziert. Hier drüben gibt es jetzt auch eine Treppe. Ich glaube, das hatten wir vorher schon. Ich weiß nicht mehr, was wir vorher schon hatten. So, hier. Ich muss mal einen Todespunkt da mal wegmachen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo der war. Deaktivieren. So. Jetzt haben wir da doppelt Musik. Remix ist da. So. Tschüss, Raphael. Und danke nochmal für Subs und Bits. Tschö, bitte zum nächsten Mal. Und viel Spaß in der Heimat, du. Und wir haben hier jetzt auch noch ein paar Treppen. Und hier hast du, glaube ich, gar nicht mehr so viel verändert, oder? Klar, das zeige ich jetzt mal. Das letzte Mal, das letzte, was sie gesehen haben, war hier dieser Weg und unsere Farm. Aber was ihr nicht gesehen habt, ist, wir haben jetzt hier noch eine Zuckerrohranbaumöglichkeit und eine Bambus. Oh mein Gott, das ist groß. Ja. Und eine Bambusanbaumöglichkeit, genau. Und hier haben wir noch so einen Zaun hingeklatscht, der ganz schön war, oder ich? Na, cool. Genau. Das ist so das, was wir dann noch erledigt haben. Ich denke, heute wird es auf jeden Fall unter anderem wieder eine Höhlen-Action geben. Denn wir wollen ja jetzt bald auch mal endlich Diamanten finden. Oh, ja. Da sage ich nichts gegen, du. Piers sind nice. Und ja, ich überlege, was als nächstes, Leute, wir hatten auch einen richtig dummen Zwischenfall. Und zwar habe ich ja letztes Mal noch das Dach platziert. Und tatsächlich waren auf einmal Monster irgendwo in unserer Nähe. Und wir so, wo sind die, ne? Wir haben gesucht und gesucht. Die waren einfach in unserem Dach, weil da ja ein Hohlraum war. War auch so das Letzte, woran ich gedacht hätte, wo jetzt auch noch Geisterspawn. Aber jetzt ist es ausgeleuchtet und jetzt sollte es auch passen. Ja, das war echt, wir haben die ganze Zeit nur so die Monster-Schreie gehört. Mhm. Und, äh, es war ganz komisch. Und dann haben wir gecheckt, wo es ja kommt. Und, ja, und hier sind wir jetzt zwingend. Ich bin auch am überlegen. Ähm, am besten machen wir eine Abstimmung, ob wir erst eine Höhlen-Action machen sollen oder erst irgendwas bauen. Ich meine, ich kann mir wahrscheinlich schon denken, wofür abgestimmt wird. Aber, ähm, ein Versuch ist es ja wert, das hier mal abzufragen. Warte, ich tue mal eben hier unser Essen wieder in unsere Essenskiste. Das kommt in die Küste. So, unsere Fackelis. So, dann mache ich jetzt doch mal tatsächlich eine Umfrage, eine Abstimmung. Neue Abstimmung. Ja, Leute, stimmt alle bei Nadine ab. Was soll, was sollen wir erst machen? Äh, Höhlen-Expedition. Was möchtest du denn als nächstes bauen? Dann können wir auch mal so Möglichkeiten, was, was wer bauen soll. Ich wollte auf jeden Fall noch einen Stich und unser Hafen. Ja, und ich war's für Tiere. Stich und, äh, nee, warte, Hafen. Oh ja, wir können ja separate Sachen machen. Da darfst du, nee, 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 nicht zubauen. Stopp, 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 das ist schon richtig so. Oh Mann, Caroline, ich hab das extra nicht zugebaut, wo nichts war. Wieso? Damit die Sachen wachsen können. Welche Sachen denn überhaupt? Ja, oh Mann, Caroline, was alles da stört? Was denn? Oh Mann, ja. Hafen und Stall bauen. So, Leute, stimmt jetzt auf jeden Fall ab. Ich hab fünf Minuten Zeit. So, ja, jetzt muss ich hier mal wieder das reparieren, was Caro geschrottet hat. Ist ja nicht so, als wenn ich mir dabei was gedacht habe. Ich sehe ja ihren Stream, deswegen seht ihr gleich, was sie verbaut hat. Boah. Sie hat einfach unsere Sachen hier zugebaut. Man kann das ja nicht wachsen. Ich geh mal nach Boote machen. So, ist jetzt richtig. Ja, hier kann ruhig was sein. Aber hier weiß ich noch nicht, wo das dann wächst. Toi, jetzt muss es bestimmt von Anfang an wieder wachsen. Ja, ich weiß, es muss nicht jedes Feld bewachst sein, aber ich weiß noch nicht genau, welches hier. Und deswegen bleibt das jetzt erstmal so. Genau. Was haben wir denn hier so? Können wir wieder die Musik anmachen? Ähm. Wie sieht denn die Abstimmung so aus? Okay. Bis jetzt ist es bei Höhlenexpedition. Ich bin gespannt, wie es sich... Ganz klar Action. Okay, warum ist jetzt schon wieder die Musik aus? Ja, geht. Okay. So, wollen wir nicht mal ein bisschen Bambus ernten? Ich weiß zwar nicht mehr genau, wofür man das alles braucht. Pack schon mal meine sieben Sachen. Du meinst also, es geht in die Höhle? Denke ich. Ach, ich bin dumm. Ich kann ja einfach das Unterste und dann kommt das alles, ne? Na, egal. Man lernt ja nur aus den Fehlern. Die Farben müssen, glaube ich, 24 Blöcke hoch werden. Oha. Das ist echt voll cool. Äh. War dein Abi... War dein Ballkleid Lida oder Blau? Kann ich Farben wegen meiner Grünstriche nicht erkennen? Achso. Das war ein Blau. Ein Blau. Es gibt ja mehrere Farbtöne, die blau zugeordnet werden. Hellblau. Na, hellblau kann man auch nicht sagen. Doch, das war hellblau. Ja, aber nicht ein normales Hellblau. So. Ein paar Stickys muss ich mir nochmal machen dann. Dankeschön. Nochmal? Okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Davon könnte ich noch was machen. So. Dann machen wir nochmal ein Eisenschwert. Oh, das ist schon was Kaputtes. Kann weg. Ähm. Eisenspitzhacke. Hallo, Venomik. Und danke für die Chill-Vibes. Ich hoffe, du hast die Sonne heute genossen. Ah, ich hab keine Sticks mehr. Lass. Oh, hi. Wie geht's dir? Ach so, das ist ein... Ach so, das ist doch kein Ei. Lol. So. Hol dir noch ein paar Eisensachen. Wir haben ganz viele. Brauchst du dir einfach nur aus dem... Ich stehe auf Stein. Ja, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Oh Gott. Aber ich hab noch sowohl Eisenspitzhacke als auch Schwertus noch ganz funktioniert. Noch ganz? Also ich würde auch immer noch was Neues haben. Das ist aber noch fast voll. Also alles gut. Okay, gewonnen hat Höhlenexpedition. Also Caro, ich würde sagen, hab ich mir auch schon gedacht, es geht los in die Höhle. Ja, einmal noch schlafen und dann geht's ab. Ups. Ganz klare Action. Bereit? Ja. Hast du alles? Also Dreck, Sticks und so weiter und so fort? Ja. Okay. Auch ein Eimer? Wie so ein Eimer. Ja, ich hab einen. Oh Gott, dann hier bist du abgeblieben. Du hast wieder einer, der fasst. Ja. Wir gehen dann wahrscheinlich wieder in die große Höhle. Da haben wir ja noch vieles zu entdecken. Wie meinst du in die große? Du verstehst du es nicht? Die ganz großen. Ja, ja, aber das ist ja eine Höhle, also. Ja, ja. Aber eine große. Ja, aber das ist doch nur eine Höhle, also wirklich. Na, egal. Hä? Man kann sie auch woanders noch runterbauen. Wo denn? Hab ich noch nicht gesehen. Überall kannst du es machen. Hä? Ich hab draußen noch keinen anderen Höhleneingang gesehen. Ja, Höhleneingang meine ich ja nicht. Ja, das ist dann aber alles hier dieselbe Höhle. Hä? Hallo? Alter, wann kriegen wir hier Feindschirm? Okay. Ist hier jetzt wieder irgendein Monster gespawnt? Da bin ich gar kein Fan von. Also, wenn hier irgendwas ist, dann bitte jetzt... Da ist sie kein Fan von, Chat. Nee. Wenn dann jetzt rauskommen. Feindschirm, Vollgeister. Bist du denn? Bist du Gold? Oh, das hab ich ja auch gesehen. Hier ist noch ein bisschen zu dunkel für meine Verhältnisse. Für meine Wünsche. Ach ja, und letztes Mal haben wir auch gesehen, es gibt noch ganz viele andere Gänge. Also, das kann man auch noch... Kann man sich auch noch reinschauen. Ja, gib mal den Tipp, Biu, bevor ich das hier abbaue. Du musst alles mit Eisen abbauen. Hab ich ja mit Eisen, sonst kriegst du ja auch gar nichts. Ja. War das der Tipp, den du hattest, oder was anderes? Ach so, Goldschuhe. Ja, du meinst damit man mit denen, die da sind, befreundet sind, ne? Also, man muss ja eine Sache aus Gold haben. Ja, sonst haten die dich. Ja, sonst man ein bisschen angegriffen wird. Ich glaube, auf der anderen Seite kommen wir gut runter, ne? Hier kommen wir, glaube ich, nicht so gut runter. Warum kann ich jetzt hier nicht hochspringen? Oh. Also, entweder wir könnten jetzt in die Mine weitergehen. Ich bin unten, kommst du? Äh, wie unten? Ey, du musst hier rumgehen. Ach, hier. Boah, hast du mich erschrocken, ey. Ha! Ja, Vorsicht jetzt hier. Ja, ja, da ist jetzt... Ah, nein, Schitte, verdammte Schitte. Wie viel Schaden hast du bekommen? Ich lebe noch, so viel sei gesagt, aber... Ja, gut. Hier ist dunkel, deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du kommen würdest. Ja. Dass ich das überlebt habe, ist wirklich... Oh Gott. Ey, warum kann ich das nicht essen jetzt hier? Bisschen dunkel hier unten, muss ich sagen. Warum kann ich das denn jetzt essen? Nee, doch. Ah, ich hatte keinen Hunger. Puh. Okay, ach, wir müssen noch eine Prediction machen. Ja, aber eben hier ausleuchten, sonst... Nee, jetzt. Okay, ähm, ich mach... eine Vorhersage. Finden wir dir's. Mach ich. Ja, du machst Finden wir dir's und ich mach Wer stimmt zuerst. Ist es jetzt Abstimmung oder Vorhersage? Vorhersage, ja? Vorhersage. So. Hä? Hä? Warum gehst du jetzt nicht weg? Ich? Wie mache ich denn jetzt hier Vorhersage starten? Ach nee, hä? Wie geb ich denn jetzt... Hier steht nun... Hä? Ach hier. Hm? Lust. Finden wir dir's. So Leute, stimmt auf jeden Fall ab. Vorhersage ist da. Und du hast es hingekriegt? Was denn? Also du weißt jetzt, wo du das machst? Mhm. Gut. Ah, ich hab ein Skelett. Wo, 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 wo? Hilfe, Hilfe. Oh, du bist hier. Scheiße, ich bin fast tot. Nein, 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 nein. Ich möchte die Prediction nicht jetzt schon verlieren. Hilf mir, Caro, hilf mir. Das wäre unfair, wenn ich jetzt schon verkacke. Hilfe, Caro, ich bin jetzt fast tot. Das kann nicht sein. Ihr dürftet... Ja, ich schließe sie doch ab. Ja, dann mach. Hä? Was denkst du, was ich hatte? Caro, ja, bitte. Ich bin tot. Was geht denn jetzt ab? Das wäre jetzt was gewesen. Was geht denn jetzt ab hier für eine Action? Ja, kann ich dir auch nicht beantworten, was das jetzt hier soll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, was ist das denn? Oh mein Gott, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Nadine, das übernimmst du nicht. Caro, wo kommt man hier hoch? Du musst weg, Nadine Geh aufs Wasser Wo ist das? Hilf mir doch, Karolin, wo bist du denn? Hier, Wasser hochschwimmen Wo? Karolin, hilf mir doch mal Du musst das Wasser hochschwimmen Hilfe, Karolin, das Ding tötet mich Du musst hochschwimmen Ich kann das nicht Wie, du kannst es nicht Hä? Ja, das war natürlich schon ein guter Start Hier Wo kommt dieser Wo kommt das her? Oh mein Gott Aus der Mine oder wie? Bestimmt, ne? Oh mein Gott Das war ja was Hä? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wo ist denn sein Eingang? Ich bin los Ja, das kann ich hier direkt auflösen Wer zuerst stirbt Ja, schade Auf jeden Fall Dann starte ich eine neue Vorhersage Wer stirbt Als nächstes Oh, wir müssen dann nochmal eben bei uns das ändern Was denn ändern? Ja, die Todesdings Achso, ja, warte Wo sind die alle hin? Oh Gott, nachher finden die irgendwie einen anderen Weg zu uns Sollte mal eben kurz weg in Sicherheit Ja, ich gehe jetzt wieder zu meiner Leiche, ne? Hm, mach das Kommst du nicht mit? Ja, während du noch nicht hier bist, kann ich mich doch eben in Sicherheit bringen, oder? Alter Schwede Ich höre schon wieder ein Skelett Ich muss hier weg Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ich check nicht, wie ich zurückkomme oder irgendwie sicher bin Wo bist du denn? Keine Ahnung Ich muss jetzt eben hier regenerieren Ich muss kurz was anschließen Ich hoffe, ich werde noch überleben Tipp einmal mit Wasser das Wasser auskippen, falls er da ist Okay Aber ich frage mich, was das mit dem Wasser bringt Ah, ich muss mal eben hin Der Der Counter ändern Nadine Also was bringt das mit dem Wasser? Wo bist du denn? Ich bin hier Ah, hier Das ist ja super Hier Hi Okay Hier bin ich Willst du mir eben was geben? Ein Schwert oder so Die Viecher brauchen wegen dem Wasser länger Das Wasser fließt in Wegen von den Achso, ja Stimmt Gesundheit Das könnten wir gut machen, ja Aber Das war ja richtig abgedreht Wir haben unsere Rüstung gar nicht an Hey, du hast deine an Ach stimmt, du hast die nicht an wegen dem Ja Ich war gerade kurz los Wie kommen wir da jetzt? Wo hast du eigentlich einen Weg jetzt gebaut, wie wir runterkommen? Wie einen Weg gebaut? Oder bist du auch runtergesprungen? Bin runtergesprungen Ja, dann müssen wir vielleicht einen Weg bauen Willst du mir einmal irgendwie eine Axt oder sowas geben? Äh, nein Ich kann dir auch Blöcke geben Ja, beides am besten Einfach Danke Äh, warte, dann sind wir hier rum irgendwo gegangen Hier Ja, hier irgendwo runter Warte, ich will einmal kurz gucken Ist Wo sind denn die hin? Warum sind denn die jetzt weg? Verstehe ich nicht Ja, ist auch richtig, dass sie gedespawned sind Ja, mein Ich will wissen, ich habe die gedienst 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 Ged Die Spawned sind Das ist jetzt eine gute Frage Nein, wegen dem Was drücke ich nochmal, damit ich mich bewegen kann Ohne, dass ich mich bewege Shift Wie kann ich nochmal etwas unter etwas platzieren? Weißt du, wie ich meine? Nee Ja, weil ich will ja jetzt unten drunter was platzieren Aber wie geht das? Geht das überhaupt? Ich dachte, das geht nicht Ja, doch, das geht halt Was ist das hier wieder? Habt, könnt ihr mir helfen? Weißt es jemand? Ja, oder wir müssen jetzt wieder springen Springen wir Hä, aber warte, du kannst doch hier hin Das Dings Nee, warte mal Ist das jetzt? Ich spring jetzt, okay Ach, du meinst Ja, sonst kann ich ja keine Treppe bauen Halleluja Ich habe nichts zu essen Du müsstest jetzt dann auch gleich einmal kommen Ja, ist schlau, dass du jetzt direkt gesprungen bist Ja, hier, nimm schon mal Hier Wo sind eigentlich meine Sachen? Die müsste ich ja jetzt vielleicht mal holen Wo bist denn du gestorben, ist die Frage Ja Meine Sachen sind schon weg Nein, das kann nicht Hä, das kann doch nicht Oder haben die die Sachen aufgefressen Bist du denn sicher, dass du da gestorben bist? Ja, hier war mein Todespunkt WTF Das kann nicht Die sind nicht in die Lava gefallen Oder sind die von dem Wasser weggespült worden? Hä, ich war doch voll schnell jetzt hier, oder nicht? Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt Echt jetzt? Möchtest du mir dann ein paar Sachen geben? Am besten auch was mit Eisen Du hast mir jetzt nur Steine gegeben Ja, ich habe nur jeweils eins von Eisen Deswegen habe ich doch gesagt, sollst du mehr mitnehmen Ja, sorry, ich habe nur mit mir gerechnet Nicht mit dir Ich habe doch gesagt, du musst von jedem auch ein Ersatzding haben Ersatz hast du mir nicht von gesprochen Doch Nee Ich schon Ja, dann müssen wir zurück Kannst du mir dann wenigstens Lichter geben? Ich habe noch sieben, ja Ja, dann müssen wir echt zurück Ja Ich kann ja jetzt noch nichts abbauen Das ist halt auch zurück Ja Dann Warte, wo ist nochmal Wo sind wir hoch? Hä? Ich versuche hier gerade einen Weg zu bauen Ich check gerade aber nicht, wo die Öffnung ist So Hä? Das traf ich ja jetzt nicht Ich glaube, das geht gar nicht auf War das das? Ja Wow, was war das? Achso Oh Gott, es war das Was war das? Skelett Ja, hier ist halt kein Licht Du müsstest vielleicht mal ein bisschen Licht platzieren Hey, hier waren wir doch irgendwo, oder nicht? Ich dachte, aber es kann auch sein, dass wir uns vertun Jetzt habe ich gar nichts mehr Ja Danke Oh Gott, zur Hölle kommt was her Achso, du hast es Achso, ich habe es verstanden Hä? Ja, ich dachte, wir kommen Oder warte, ich gucke nochmal, ob wir woanders hergekommen sind Nee, ich meine, das ist richtig Aber irgendwie Weiß ich nicht, wo wir uns gerade hinbauen Ich meine nicht, ich meine nur, weil sie jetzt mehr Tod hat als Achso Ja, keine Ahnung Wir müssten ja irgendwo auskommen Also spätestens weil der Bei der großen Öffnung da Oh, nee Gute Nein, schön Das kann doch nicht so weit oben sein Ja, eigentlich nicht Aber wir haben ja ein Talent dafür, uns falsch umzubauen Nee, hier ist nichts, wo wir gerade hinbauen Ja, aber das, was wir da so oben sehen Ja, das müssen wir uns vielleicht nochmal unten angucken Ja, hier sind wir doch runtergeflogen, oder nicht? Ja, sind wir auch Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir Okay, ich habe zu weit gebaut Wahrscheinlich Guck mal, das ist das hier Yo, guck mal Wir müssen jetzt hier Ja So, ne? Nee, guck mal Hier ist die Öffnung Da Ich weiß nicht, wo da ist Ja, wir sind genau daran vorbeigebaut Ja, in welche Richtung nach rechts muss ich, ne? Links Links? Ab hier und dann links Da, wo die erste Fackel ist Noch ein paar Blöcke hoch Also Ne, direkt wo die Fackel ist Ähm, Watch, vielen, vielen Dank für deinen Sub im fünften Monat Hello, Sonnenschein Hallo, ich hoffe, dir geht's gut und du hast heute die Sonne genossen Vielen, vielen Dank Und hallo, Marc Schön, dass dich zu lesen Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest auch einen schönen Tag Hallo, auch bei mir Was geht ab? Oder meinst du, meine Sachen sind schon so schnell gedießt worden? Aber das war doch Ich war doch jetzt echt schnell Ganz komisch Und wie weit hoch muss ich mich bauen noch? Warte Und jetzt noch weit Warte, was ist denn jetzt? Jetzt noch ein bisschen weiter links und dann hoch Und dann müsstest du gleich ankommen Du musst das hier ausleuchten Ja, ich musste ja gerade eben gucken Einen Moment Wo bist du denn jetzt hier? Achso Ja, jetzt noch weiter links Noch? Noch links jetzt? Ja Ab welcher Höhe? Mein Gott Ja, noch höher Ich kann's ja jetzt von außen nicht sehen Die Höhe Klaro, das freut mich Was? Noch höher? Was denn jetzt? Also einfach nach links Versuch mal jetzt nach links Ich kann die Höhe ja nicht einschätzen Wir und bauen, ne? Das ist echt immer Ja Ja Ja, Watch Ich bedanke mich auch für dein Reset im dritten Monat Vielen, vielen Dank Und Doch, die Alerts Ich hab's gehört, aber ich musste eben Nadine antworten Vielen, vielen Dank Kannst du stellen? Ich hab für dein Abi bei, aber toll Oder ist der noch? Nee, der war vor zwei Tagen Und es war sehr schön Aber doch, doch Die Alerts Haben wir's geschafft? Ja Yay Willst du das irgendwie hier? Können wir das irgendwie? Ja, irgendwie markieren, ne? So Ja, dann würde ich sagen Gehen wir jetzt eben nach Hause Jo Und Da muss ich mir halt neue Sachen machen Weil wir aus irgendeinem Grund schon alles verloren haben Und Check auch noch nicht, warum Was haben die Leute eigentlich bei deiner Abstimmung jetzt gesagt? Finden wir Dias oder nicht? Ähm Wie seh ich denn das? Du kannst dir das angucken, was bei deiner Abstimmung ist Okay, ich kann nur vorher sagen, er gibt Achso Ja Ähm Ja, die Leute sagen, wir finden Dias Und die Leute sagen bei mir gar nix Leute, ihr müsst an der An der Dings teilnehmen Okay, ich mach's nochmal, ja? Leute Alle jetzt bei Nadine an der Abstimmung teilnehmen Wie komm ich denn jetzt wieder hoch? Ah, hier Ja Natürlich glaube ich Ich glaube ja an euch Oh Gott So Leute Jetzt alle an der Abstimmung teilnehmen Auch die von Caroline Ski Ähm Alle einmal oben rechts An der Vorhersage teilnehmen Vielen, vielen Dank dafür Ihr könnt, äh Punkte gewinnen Jo Ich hoffe, ihr wählt die richtige Entscheidung Nee Ihr wählt richtig Was auch immer So Darum geht's hier wieder hoch Ah, ist sogar gerade keine Nacht Das freut uns auch sehr Mich ist sogar gerade verlaufen Haben wir hier noch was drin? Ah, hier haben wir auch noch Sachen drin Sehr cool Wie verlaufe ich mich denn jetzt auch noch? Ich hab auch vorhin gar nicht gecheckt Wie es wieder hochging Also diesen einen Stufigen Weg Den hab ich nie Nicht gefunden Hilfe! Ich hab nix zum Kämpfen Ah doch, hab ich Caroline! Ich will nicht schon wieder sterben Du musst mir helfen Was denn? Ich weiß nicht, wo ich bin Wie, du weißt nicht, wo du Wo bist du denn? Ja, weiß ich ja nicht Ich hab mich ja verlaufen Ja Du weißt doch Hä? Ey, du läufst gerade auf mich zu Nee, warte Geh zurück Geh zurück, bitte Warum? Du bist jetzt Bei mir Ja, ich seh's Du bist unter mir Und bei mir ist irgendwas gefährlich Wie komm ich hoch? Ja, ich check ja nicht Oh, warte Ich komm zurück Warte, ich komm gerade hoch Glaub ich Gut Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ihr wollt, dass sie wieder stehen Hilfe, Caroline! Ich brauch Hilfe! Ich bin hier irgendwo in der Höhle, wo Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin gerade Ich brauch auf jeden Fall Hilfe Caro, du musst mir helfen Da ist die Mine Muss ich eigentlich Aber da ist Da waren wir noch nicht Wir sind ja nicht mehr angezeigt Ich bin jetzt am Eingang Da, wo der Spurna war Ich bin jetzt in der Höhle wieder Hä? Hä? Ich bin jetzt ganz woanders Ich hab gerade einen neuen Weg gefunden Hier bist du doch Hier hoch Hier ist dunkel jetzt Hier Hier, mach mal hier ein Licht hin Hier Ich hab nämlich die Lava gekillt Und jetzt Hallo Kommst du mal wieder? Das war mein letztes Licht Ja, dann bring das hier hin Das Licht Hier ist dunkel Caroline, das ist einen Meter neben dir Ja, nee, aber hier ist voll dunkel Wirklich nicht schön Hier muss das Hier muss das Also diesen einen Meter hättest du jetzt auch noch liegen können In ganz falsche Richtung gelaufen Ich muss hier mal einen Punkt setzen, dass hier der Ausgang ist Ja, mach das mal Du nicht? Ich markier dir Monster Spurna So, ähm Nein, da wollte ich nicht drauf Hallo So Eingang Ausgang Höhle Und Höhle wird gelb Leute, ihr tut's so Ihr wisst doch, dass Caro eigentlich immer diejenige ist, die stirbt Jo, aber so Ich werde dir gegen B.U. beide Seiten müssen ja Punkte gesetzt sein Ich bin sehr gespannt, wer Recht behält Aber so, äh, Navigationssachen bin ich nicht so schlecht Mh, normalerweise muss ich dich immer leiten Hä? Also ich bin da in der echten Welt bin ich da ganz miserabel drin Aber im Spiel bin ich mal sowieso Also gerade auf jeden Fall Da war ich schlecht, weil ich mich voll verlaufen hab Es lag aber auch irgendwie daran, weil ich, ähm Blöderweise Die Lava zugebaut hab Ich dachte, das wäre nämlich eine gute Idee Aber dann hab ich mich nicht mehr Orientieren können Oh, wie nervig, dass jetzt alles verschwunden ist So, und ich hatte auch noch voll viel mit Weil ich dachte, ich kann ja sonst meine Sachen wiederholen Oh Mhm Das ist natürlich nicht so toll Nur noch Steinschwerter haben wir Ja, ich mach grad schon Neufe, Eisen Brauchst du auch ein Eisenschwert? Ich brauch alles Alles brauch ich Achso, jetzt guck ich mir mal die Vorhersageergebnisse Hey, aber in der Tour war doch noch ein Dings Ja, wir haben doch jetzt gelernt, dass eins nicht reicht, oder? Also noch ein Dings und noch ein, äh Also noch ein Schwert und noch ein Spitzsack Okay, 86% stimmen für mich und 14% für dich, Caro Ich bin gespannt Na den Was ist? Darf ich nicht eben die Ja, durfte ich nicht eben die Vorhersageergebnisse? Hab ich doch gerade vorgelesen? Ich kann das auch selber machen, ne? Ja, hab jetzt schon Noch ein Dings und ein Bums, a.k.a. Dings Bums Ja, manchmal fehlen mir einfach die Worte Man muss halt Dings und Bums erreichen Boah, wie lange bleib ich eigentlich hier verkohlt? 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 Was verkohlt? Du verkohlst? Mhm Wieso? Also ich bin vergiftet Keine Ahnung, wie lang Okay Okay Wir brauchen ganz viel Eisen und Kohle Rami haben wir nämlich nichts mehr Dann müssen wir uns mal auf die Suche begehen Also wir haben wirklich nichts, nichts mehr Ja Dann wird das jetzt ein Farming Farming Man, keine Ahnung Geh mal kurz Ich lerne jetzt aber aus meinen Fehlern Sleepen? Oh, sag das doch Ich lerne jetzt aber aus meinen Fehlern Und nehme nur Eisen, Schwert und Dings mit Und von den anderen Sachen nicht Ja Wie, also kein Stein? Ich hab doch gerade Eisen gesagt Ja, also kein Stein Ich hab doch gerade gesagt, ich nehme kein Eisen von den anderen Sachen mit Wie, hä, ich hab verstanden Wie, verstehe ich jetzt nicht Also kein Welche, welche anderen Sachen meinst du? Schaufel und sowas Hattest du das mit? Alter, weißt du, wie ausgestattet ich war? Ich hab nur, äh, zwei Eisen Spitzhacken und Schwert und Andere Sachen Und einen Eimer hab ich noch mit Ja, ich hab auch mit Und dann reicht ja, wenn du einen mit hast Dann brauch ich immer noch Essen Boah, ich hätte so viel mit Das ist so ehrlich, dass das alles weg ist Das kann nicht sein Ich verstehe immer noch nicht, wieso Weil wir waren ja eigentlich relativ früh noch da Ja Die letzten Male waren wir auch viel später erst bei den Sachen Ich wollte das auch nicht Voll traurig Außer, da müsste ja dann genau in dem Moment irgendwie Aus dem Nichts ein Creeper gewesen sein Als wir nicht da waren Der dann die Sachen alle Da war ja nix weggebombt Das war richtig Das war richtig unlogisch Ach, das tu ich jetzt auch weg Eigentlich nicht, nee Ich tu es jetzt nicht weg Das ist Pech Brauchst du noch, ähm, Fackeln? Ich hab voll viele Kannst Ja, wenn du welche übrig hast Hättest du noch zwölf Zwölf hätte ich noch Ach, du hast auch einen Eisenhelm Cool Hatte ich mir jetzt noch gemacht Aber jetzt haben wir keine Eisenhelm Hast du die jetzt genommen? Ja Ah, warte mal kurz Muss man eben Ja, wer kann denn auch damit rechnen, dass dann Hm Ein Dingsy kommt Oh, jetzt bin ich ja wieder bei Level 1 Wir sollten jetzt ja eigentlich, wenn wir auch noch Kohle und so holen müssen Müsst es ja eigentlich Wieder ein paar Level Oh Ich hab Dreck vergessen Möchtest du mir die Hälfte Dreck geben, die du hast? Hast du vergessen? Geht aber nicht so Dankeschön So Wer möchte sterben? Ich bin hier Ich bin ready Oh, jetzt hab ich keine Ha Da war ein Skelett, sei bereit Wo denn? Oh Gott, Caro, hier kommt alles Mögliche Warte, wir müssen kurz essen Caro, die Kleinen sind ja voll frech Hä? Hallo Wo bist du? Ich bin aber in der normalen Hulu Caro, du warst grad bei mir Ah, hier ist Eisen, geil Wow, das war ja richtig viel jetzt Wow Ach, wir gehen jetzt hier links rum Keine Ahnung, also wir müssen das hier auf jeden Fall eben ausleuchten, weil Was auch immer hier für eine Hügel ist Ja, hier kommt Enderman, Enderman, Enderman Oha, oha Die Enderpearl wär schon schmackhaft Was? Die Enderpearl Die droppt ne Perle Und dann kann man sich damit teleportieren Okay, dann let's go Wo ist denn... Ja, warte mal Alter Wo ist es jetzt? Achso Ja Oh nee, oh nee Der schubst uns hier runter Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Tschü Geil Hä, was ist denn hier schon wieder für ne neue Hülle? Ja, das hab ich grad auch nicht gecheckt Ente Elias, vielen, vielen Dank für deinen Follower Ich hoffe, dir geht's gut Was? Wo bist du? Ich bin irgendwo runtergestürzt Du kannst mich doch jetzt hier nicht alleine lassen, Caro Ja, hier bin ich Ich bin tot, ich bin tot Hier bin ich Nein, wer stirbt Ähm Ah Ihr habt das nicht gesehen Alter, ich hab grad genau dieses Geräusch gemacht, was auch in dem Soundalert ist Und danke fürs Einlösen von Horror Du hast jetzt den Horror auch direkt live in Action mitbekommen Ähm Lol Äh, achso, da kommt Alter, wo kommen die denn alle her? Hier Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein Boah, wo ist da noch einer? Caro, ich muss mal eben da den spawnen oder was auch immer da weg Ja, wenn er jetzt wieder Dann wäre das schon der dritte Spawner, den wir finden Das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein Oh, ich schlag mit nem Äh, Nadine Ähm Ja, das kann ich jetzt schon jetzt nicht allein Warte eben Boah, ich muss mal auch mal eben was essen Ich hab hier grad entspannte Musik an Die verstehen auch nicht, dass ich hier grad entspannte Musik anhabe Ja, ich auch Hä? Achso Hast du den? Sind die jetzt tot? Waren sie dir runtergefallen? Ich streng mich an Ähm, das ist leider ein privates Projekt Aber, ähm Zugucken auf jeden Fall Und wenn du irgendwie dieselben Mods oder so haben möchtest Kannst du dir die auch mit dem Command MC Mods durchlesen Genau Ähm, K.O. bis Hat Nadine extra für euch erstellt Oh, das war ne Fackle Ich hab mich verlaufen Sind wir jetzt schon in diesem Bereich, der vorher dunkel war, oder? Da fragst du mich was Das stimmt natürlich, Bio Okay, ein bisschen Kohle hab ich jetzt schon gefunden Aber wo wir jetzt hier wieder sind Das weiß ich grad auch nicht, ne? Hä? Nadine, guck dir das mal hier um die Ecke an Wo bist du? Hier um die Ecke Einmal links Hier Hä? Wo bist du denn jetzt? Ja, hier sind 100 Ecken Ja, genau, das meine ich Was ist das hier alles? Das ist ja... Elias, ich weiß Also ich kann ja schlecht einschätzen Oh, man Ob du das aus Versehen machst oder mit Absicht, weißt du? Nadine, wir haben ein kleines, großes Problem Okay, der ist runtergeflogen Oh Gott, da ist der Enderman, ich hab den angeguckt Ja, dann bist du am S Wo bist denn du jetzt? Bei dir, wie siehst du denn aus? Aber hier ist voll viel Kohle, voll geil Oh, wo kommt denn das Skelett denn jetzt wieder her? Oh ja, hier unten ist auch ne Monster-Action Ja, Caro, ich muss mal einmal eben was machen Wir müssen irgendwie was machen Ja, also Ich weiß von Enderman, dass man immer auf dem Also, wenn man mit denen kämpft, die Beine schlagen soll Also, Elias, sorry Ich muss dich leider einmal timeouten Ähm Ich kann halt nicht einschätzen, ob du das mit Absicht machst oder nicht Aber das ist halt gerade schon ein bisschen Spam Und Leute, ihr wisst, die Regeln besagen Was anderes Also, ich hab mich verlaufen offiziell Nee, hier, du hast dich nicht verlaufen Du bist doch bei mir Nicht verlaufen, aber ich muss ja erstmal Also, ich hab keinen Überblick sagen Das ist einfach mal so Mich machen halt die ganzen Monster hier stutzig Nervig Da kommt wieder ein Ja, die sind Ja, ich hör's Alter, was ist auch das jetzt hier? Jetzt gehst du schon wieder in ne neue Höhle Sollen wir nicht erstmal hier die, die wir schon haben? Ja, wir sollten mal eben kurz Wir müssen, dürfen nicht Das ist ne blöde Ja, wir müssen den Enderman killen, oder nicht? Ich check Ich hab den bis jetzt noch nicht einmal gesehen, ne? Der ist unten Was ist denn unten? Achso Ja, perfekt Jetzt schon mal, ne? Hm Dann gehen wir jetzt Warte, ich hab noch die ganze Zeit neuen Hunger Was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen natürlich ausleuchten, aber Da unten ist der gewesen Ja, okay Da kommt wieder ein Skeletti Mann, Carolin, wo bist du? Hier in der Ritze Ja, komm mal her Gute Ja, das ist halt dumm Man kann halt den schlecht Oh, hä, wie? Was war das denn für ein Wie geht das denn? Vielleicht war das ein Headshot, oder was? Hä, aber sind wir jetzt hier Also ist das jetzt hier ein Anschluss von der anderen fetten Dings? Aber Bio, gib noch gerne den Tipp Ich weiß gerade, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen hier Ich muss mir eben die Musik ausmachen, sonst kann ich nicht so gut hören, wo hier Gefahr lauert Alter Ist aber so viel Kohle wieder Geil Hä, ich hab schon keine mehr Ich hab den Enderman, aber auch Soll ich den Enderman angreifen? Carol, ich hab keine Fackeln mehr aus irgendeinem Grund Ich glaub, ich hab sehr viele verplatziert Aber den Fackeln Acht konnte ich machen, wow Ja, nimm die Dügen vor dir Danke Oh, mein gosh Wo bin ich denn jetzt herangefallen? Das ist echt hier so ne Oh, soll ich den Enderman angreifen? Bio, du entscheidest jetzt Wo ist der denn jetzt? Ha, Video Ja, das ist natürlich jetzt ein super Super Timing Wo bist du? Wo bist du? Oh, mein Gott Oh Er explodiert gleich ein Dings Okay, der Enderman kommt Oh, mein Gott Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Kämpfen wir? Ne, ich will nicht kämpfen Aber der Der ist Akku Oh, mein Gott Ja, ich sterbe Ja, Bio, so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren Schade Schokolade Schade Schokolade Ich erhöhe den Death Counter Und Nadine, weißt du, wo meine Sachen sind? Oder bist du woanders? Ich warte am Eingang auf dich Hast du meine Sachen gefunden? Ne, ich bin weggelaufen natürlich Achso Ach, schön, dass wir Nacht haben Soll ich eben schlafen kommen? Ne, egal Wir müssen jetzt Ja, dann komm Wir dürfen jetzt nicht nochmal riskieren Noch mehr Eisensachen zu verlieren Und ich hatte auch viel Ganz viel In einem Fackeln mit Oh, und du bist schon hier Okay Ah je, ich kann ja ein Schwert Mal hiervon nehmen Okay Warte, dann save ich eben ein paar Sachen hier Genau, mach das Also nächstes Mal Wenn wir mit einem Enderman kämpfen Dann einbauen Und zwar Einmal Feuerstein Wo bist du? Am Todespunkt gehe ich gerade Okay Wir warten also nicht aufeinander Das ist gar kein Problem Ich glaube, wir sind hier Und dann links Ja, wir sind in der großen Höhle rechts gegangen Ah ja Bitte Bio, was denkst du? Der Andy ist immer noch Aggro Nur bist du Weil ich bin schon da Ja, ich bin Caro, da sind 100 rote Punkte Ach, das sind deine Klampenutten Ach, wir sind auf der ganz anderen Seite Hallo, ich werde schon wieder angeballert Von wem? Ja, ich werde jetzt wieder sterben Von einem Skelett Ist der Enderman denn noch da? Nee Na, dann komm ich Obwohl, alleine packe ich das auch nicht Ja, Wami Ich dachte, wir wären auf der Seite gewesen Ich werde meine Sache nehmen Und dann gehen wir wieder weg da Weil das ist so Agro da alles Aber die Sachen müssen wir jetzt eben saven Jetzt sehe ich dich nicht mehr Wo bist du? Auf dem Weg zu meinem Todespunkt Bist du schon da? Mhm Brauchst du noch lang? Deine Sachen, die spawnen Aber ich kann das nicht alleine Aber du kannst sie doch nehmen, die Sachen Ich weiß gar nicht, wo das ist, ehrlich gesagt Wenn du sagst, die Sachen despawnen Dann weißt du doch Also ich bin jetzt Ach, das ist unter uns Ich check's nicht Ich blick auch nicht, wie ich jetzt da hinkomme Hier Und dann Ist das nicht in der großen Höhle? Hä, du hast doch gerade gesagt Die Sachen, die spawnen Ja, weil ich gesehen habe, wo du bist Aber ich sehe das auf der Karte Aber ich sehe das nicht in WeLife Hä? Verstehe ich nicht Aber ich renne jetzt einfach Hallo, wo bist du? Du bist jetzt angeblich genau bei mir Ähm, ich nehme jetzt einfach ganz schnell Ich versuche nicht zu sterben Gott, ich muss mich eben einbauen Ach, das ist über mir, glaube ich Komm mal Ja, ich baue mich gerade ein Hallo Nein, der Tausendfüßler ist hier Nein Oh Gott, wir werden sterben Wir werden alle sterben Wir werden alle sterben Also ich habe einen von seinen kleinen Gehilfen gesehen Und dann ist er ja auch nicht weit Ach ja, stimmt Den kleinen Pupsi habe ich auch vorhin gesehen Oh ja, schön, dass du das auch mal erwähnst Ja, ich war gerade in einer Stresssituation Deswegen habe ich es nicht gemacht Oh, wie mache ich das denn jetzt? Warum ist hier ein Zombie? Ich muss aber machen, sonst sterbe ich Ich check gar nichts mehr Nein, diese Hülle ist einfach zu groß Ja Hä, wo ist denn das Eisen jetzt hierher? Wo bin ich denn jetzt? Ey, ich bin wieder an dem Ort Hilfe! Ah ne, das war, ne, alles gut War nichts Wo bin ich, wo komme ich denn jetzt her? Ich check gar nichts mehr Ich weiß auch nicht Ich entdecke die ganze Zeit neue Wege Das ist so verrückt Oh Hä? Ich bin los Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo ich bin Ich bin einfach los Ich bin da, wo der Enderman war Und du? Ich habe mich eingebaut, aber jetzt finde ich nicht mehr zurück Ich weiß nicht, wo ich herkam Ich weiß, wo du bist Hä? Ja, ich bin wieder Hi! Warte mal! Bleib da, wo du bist Ich check gar nichts mehr Ja, ich warte Ich bin bei dir Jo Aber ich sehe dich nicht Hä? Ich bin unter dir Also, warte Ich höre schon ein Skelett Wo bist du? Ja Ich höre dich Hä? Hier, runter Unten Wo bin ich, ist unten? Unter dir Direkt unter dir Hi, hier Bist du irgendwo hier? Hier Hier Ich sehe dich immer noch Halleluja Komm, 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 mi, 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 mi Wir müssen hier schnell weg Aber ich weiß nicht, wo wir herkamen Ich sehe dich auch immer noch Ich weiß doch, wo wir herkommen Ja, hier Wir müssen hier hoch Ich bin doch hier Wo bist du denn? Hier Ja Ja, jetzt hoch Ja, wir mit unserem Hier, ne? Schnell zurück Caro, wo? Ich bin hier gefangen Du war Du hast doch gerade gesagt, du weißt, wohin Ja, hier Dann geh jetzt Schnell, schnell, schnell Ähm Ja, aber ich weiß nicht mehr, von wo ich gerade kam Wir müssen hier hoch Nadine Jetzt bitte Geh da hin Hell, lass dich doch einfach töten eben Okay Ja, ich Ich kann mich nicht heilen Ich bin fast tot Ich habe kein Essen Nadine Ich sterbe wieder Ich sterbe wieder Ich sterbe wieder Ich sterbe wieder Oh mein Verfascher Mann Bounce zu Bounce zu Bounce zu Hä, wo kommt die denn? Oh mein Gott Hilfe Wir werden sterben Wir werden sterben Wir werden sterben Wir waren super zu Nadine Und ich habe ein Anderthalb Herzen Und ich habe wirklich Hier, ich lege dir was hin Hast du? Ja, ich muss mich ganz kurz Ich muss ganz kurz teilen Bitte, wie kommen wir jetzt nach Hause? Hier sind so viele Monster Ähm Kommen wir nach Hause Scheiße Zeig mal Ne, da sind auch welche Wir sind gefahren Sollen wir uns einfach hochbauen? Waren wir uns hoch? Okay Ähm Maxi Vielen, vielen Dank für deinen Follow Schön, dass du da bist Ich hoffe, dir geht's gut Hallo Maxi Du baust dich jetzt in die andere Richtung? Ich bin tot, ich bin tot Nein, wer stirbt? Hä, wo denn sonst? Es gibt niemand Es gibt niemand Ja, ich baue hier auch schon in eine Richtung Hä, sag das doch Okay, dann baue du dich halt hoch Halleluja Was ist das denn jetzt hier wieder für eine Schrapazennummer? Immerhin konnte ich ein paar Sachen saveen, aber Nicht alles Nope Oh Gott Oh Mann, ey Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen Ilias, ich verstehe das nicht Was, also Was ist deine Mission, Ilias? Verstehe ich auch nicht Ach Also das ist halt so die Regel, ne? Hier wird nichts beleidigt und nichts Gespämt Ja Moin 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 Darko 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 Ich weiß gerade nicht genau Hallo Ich weiß gerade nicht genau, wie wir dich nennen sollten Alter, ich habe meinen linken Kopfhörer rechts drin Und Das war schon die ganze Zeit, oder was? Ja Das gibt Rache Sorry, Ilias Also ich weiß nicht Es tut mir leid, aber da muss ich dich leider sperren Ähm Gibt's halt ein Bann Ja, hab ich jetzt nicht verstanden Dann Geht, geht, geht's halt dann Gar nicht anders Okay, hier ist Hä? Was? Wir sind jetzt nicht ernsthaft ganz Hä? WTF? WTF? Sollen wir uns das markieren? Nee Hab's zugebaut Nicht? Aber da sind Noch Was hast du denn hier gemacht? Hier ist extra Nadine, mach Warum machst du's denn jetzt weg? Ich hab da nur einen weggemacht So Okay, können wir Nee, schlafen können wir nicht Ähm, ja Also ich würde sagen Es geht wieder zurück, ne? Ja, eben kurz hier Und ich muss auch eben Essen holen Brote sind auf jeden Fall Keine gute Essensrundlager Hab ich gemerkt Unten Die gehen so schnell runter Aber wie geht's dir da, Gox? Hast du, äh Die Sonne genossen? Oder was hast du heute gemacht? Musstest du arbeiten? Oh Gott, mein Inventar ist ganz Vermüllt und ganz unordentlich Komplett Überblick verloren So, wir haben Ich werd die Kohle schon mal ein bisschen saveen Oh, den Eimer konnte ich auch retten Das ist auf jeden Fall Meine Kohle ist drüben Aber ich glaub Können wir ja jetzt gleich Ja, eben schlafen Siehst du, ja Warum Wann geht das eigentlich weg Dass ich die ganze Zeit grün Also dieses vergiftet Dings um mich herum habe Hast du es immer noch? Ja Seitdem mich der Dingens getötet hat Das ist sehr Also wenn das jemand im Chat weiß Gerne einmal schreiben Ich bin nämlich keine Ahnung Gott, falls Ja, genau Schreibt mal rein Wenn ihr es wisst Hat Die Musik ist ein bisschen zu laut Oder ist das nur für mich zu laut Keine Ahnung Okay Wollen wir wieder? Hast du jetzt Dirt? Oh, ich brauch noch ein paar Sticks Was hat wer gesagt, Biu? Was du gesagt hast Was hab ich denn gesagt? Achso, was ich gefragt habe Leute Es ist verwirrend Wenn ich eben meine Aussage hören wollte Und das bei Karo Ernsthaft? Guter Witz Was wollte ich denn nochmal sagen? Das hab ich schon wieder vergessen Wie du das Vergiftete wegbekommst Genau Ich hab hier immer noch grünes Vergiftetsein um mich herum Wie krieg ich das weg? Ich brauch ganz dringend eure Hilfe War ich so laut, dass Ich weiß, dass die Musik nicht so laut ist Okay Ich bin nochmal ein paar Notfallkohlen mit Falls wir irgendwie Okay, dann Könnten wir theoretisch wieder Ein bisschen essen hab ich noch Okay Oder wird's jetzt Ist das ein Gewitter? Warte, erstmal kurz gucken Ne, ich konnte nicht schlafen, Gott Achso Wee Ah, ich guck mal Ah ja, warte mal Ich muss das Video eben machen Ah jo Bin ich in Sicherheit? Guck mal eben Jaja, passt schon Passt schon, passt schon Dann mach ich Kommentar Also Leute, wenn ihr Eine neue Folge Die erste Folge Planet Zoo Nachgucken wollt Jetzt auf YouTube Natürlich nach unserem Stream Aber ja Genau so sieht's aus So, was haben wir denn hier Schmiekes So Und Und Was ist denn jetzt? Was hast du gesagt? Achso Achso Ich bin im falschen Account Jetzt macht's Sinn Kommentar hab ich aber jetzt gemacht Ne? Ja, aber ich brauch mir den Link auch Oder? Achso Ja So Ähm Sorry Kein Problem So Jetzt müsst ihr auch alle kommentieren Ob ihr schon mal Planet Zoo Gespielt habt Und wer nicht Dann wird das jetzt Zeit Dann gibt's Kazala Ja Es wird ein Es ist ein sehr schönes Spiel Hm Hm Die Musik ist gerade so beruhigend Ne? Cool Cool Ja, dass die beruhigend ist Ich hab keinen Bock Wenn jetzt wieder die ganzen Monster da wieder sind Da hab ich gar keinen Nerv jetzt drauf Hab ich gerade wirklich gar keinen Nerv Wirklich nicht Es sind auch mittlerweile zu viele Wege Ja Oder wir gehen jetzt dahin zurück Wo der Das erste Mal der Bist du mir jetzt wieder nicht hinterher gelaufen Hä? Mach ich doch Ich weiß jetzt wieder nicht Ah, wir sind jetzt wieder hier, ne? Hm Aber wir können jetzt ja hier auch nicht alles Ach, okay Dann gehen wir jetzt halt hier hin Okay Okay Creeper Ja Ich versuche eben noch schnell hier So viel es geht auszuleuchten Oh Gott Oh oh Ich glaube hier hätte ich nicht hingehen sollen Zombie Oh Gott Jetzt muss ich mich ja hochbauen, oder? Wo bist du? Ach du, da Ach du, da Oh mein Gott Nadine Renn Renn Was ist? Renn einfach Glaub mir Teufelsding Nein Ganz viele Monster Eins, zwei, drei, vier, fünf Monster Wo bist du hingerannt? Renn dir hinterher Halleluja Hier könnten wir uns einbauen Aber ich glaube, die sind nicht mehr so schnell, oder? Ich weiß nicht, bis wohin die uns folgen Wie kommen wir denn da Hä? Ach, hier sind wir jetzt Oh mein Gott, Caro Hier habe ich uns hochgebaut Wo bist denn du? Oh nee, hier ist gar nichts Hier wurden Nein Nee, hier ist so No Name Ja, okay Dann lass jetzt eben Gucken Da müssen wir irgendwie Kriegen wir das hin mit den Monstern? Sonst gehen wir jetzt wieder zurück Weil da gab es halt viel zu looten Ja, wir müssen das da mal safe machen Ja, also ich habe alle Fackeln, die ich noch hatte Da hingeschmissen Also Na Platziert Dann, wie kommen wir da wieder zurück? Du hast die Fackeln hingeschmissen Hat mich doch korrigiert Achso Oh, ich muss bei Caro einen Tod erhöhen Stimmt Jo Warte, Caro Nee, hast du doch bei dir schon, oder nicht? Nee, noch einer Ach, sechsmal Ich bin sechsmal gestorben Geil Ach, dann ist meine Auflösung ja schon Stimmt, meine Vorhersage Ja, Biu, ich bin Tja, Biu, du verlierst jetzt leider Punkte Biu, ich bin nochmal gestorben Erstmal hat der Enderman Hat der Enderman mich ja gekillt Bin schnell zurück zu meinen Sachen Dann bin ich ja ohne Sachen nochmal gestorben Und hallo, Zornigspielt Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut Schön, dass Schön, dich zu lesen Hallo Schön, dass du da bist Kommst du? Warte Ach, warte, Leute Ich mach direkt die nächste Abstimmung hier Oder Vorhersage Okay, wo bist du? Hier können wir Hier kommst du dann wieder zu der anderen Okay Mal sehen, ob wir das hinkriegen Ich meine, Zombies gehen hier Warte mal, ich glaub hier hin müssen Trotzdem Kommt ein Skelett, also Super right Ja Oh, oh Hä, nee, hier sind wir wieder Wo sind wir denn jetzt? Wir sind wieder in den Gängen Oh Ey, das ist Wir müssen bei dem anderen auch noch einen Punkt setzen Ich höre eine Spinne Ich glaub jetzt Da hast du schon, hab's putt gemacht Äh, tja, verliere ich halt Punkte Ich glaub dennoch weiter an Caro Ich hab das schon verstanden Ich hab's schon verstanden Sehr nett Ähm, gut selbst zu warm Das freut mich Ähm, mir auch Ähm, warte Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich bin im Kreis, genau Ich hab hier irgendwo eine Spinni oder sowas Ja, das hat mal, hab ich ja gerade gesagt Ja, ja Ich schicke mich woher Ich baue jetzt erstmal Eisen ab Oh, hier wird's laut Ne, ich geh mal kurz zurück zum Spawner Dann weiß ich nicht Spawner? Hm Was ist echt ein Spawner? Den ersten Ach, du meinst du gehst zurück zum Eingang? Wo der Spawner war, ja Okay, ich bin in der Höhle Bei der Mine Ich warte jetzt hier einfach auf dich So Jetzt bin ich beim Spawner Und jetzt muss ich nach links Genau, wir spielen das nämlich auch zum ersten Mal Also das ist jetzt so das erste Projekt mit Minecraft Und deswegen haben wir es nochmal so ein bisschen normaler gehalten Und auch nicht irgendwie so übertrieben Bin richtig Hier wo ich bin Warte, ich seh dich Komm dir entgegen Hi Nein, du bist wieder in der normalen Ja, und jetzt hier hin Ne, nicht rechts Hier Ne, du bist jetzt in der großen Ich glaube, wir müssen wieder auf die andere Seite Ne, ne Hä? Wir wollen doch wieder da, wo wir die ganze Zeit gestorben Oder wo du die ganze Zeit gestorben Ja, dann müssen wir doch jetzt hier runter und dann links Ach so Echt? Lol Daphri, vielen, vielen Dank für deinen Sub Vielen, vielen Dank Und schön, dass du hier bist Herr Löhle Dankeschön Willkommen, willkommen, willkommen Zorni, vielen, vielen Dank Ähm, für Deinen Follow Ich hab gerade erstmal überlegt, wie es heißt Vielen, vielen Dank Ist das Cursed Long Du meinst Und auch vielen, vielen Dank für dein Abo Dankeschön Sehr, sehr lieb von dir Danke Ähm, du meinst Also mit Cursed Forge Meinst du Die Die, ähm Dass wir die Mods da rüberladen Dann ja Wenn du was anderes meinst Korrigier mich bitte Ähm, warte Wo bist du jetzt hingegangen? Jo Warte Ich Und Daphri Auch dir vielen, vielen Dank für dein Abo Dankeschön Sehr, sehr lieb von dir Ich hoffe, dir geht's gut Ja, genau Okay, ja, genau Darüber haben wir die Mods Warte Warte, wo bist du jetzt schon Ah, du bist jetzt ganz woanders wieder Ich hab eben den zweiten Monster Spawner markiert Aha, hier ist das? Nee, hier war das nicht Hier ist der zweite Nee, hier ist die Mine Hier Ja, hier ist die Mine Der Spawner Hier Ja, aber hier ist die Mine auch Also hier Ja, aber ich hab doch nur kurz den Spawner markiert Also hier ist nicht das, wo wir hin Wo wir herkommen Nee Nee Ich check aber nicht, wie wir da hinkommen Du hast den Plan, glaub ich Ja, ich glaub auf der anderen Seite Obwohl ich jetzt irgendwie schon den Verdacht hab, dass es irgendwie zwei verschiedene Höhlen waren Wo wir Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ja, ich Kommst du, ich glaub hier lang Ja, ich bin hinter dir Ja Ich glaub hier Ja Oh, ich sollte mal hier Warte Hier entlang Hier waren wir zwar noch nicht, aber ich glaube hier kommst du da hin Oh, lass mal kurz Eisen mitnehmen Oh, ich hör was, ja Ich hör Zombie Alarm SOS Zombie Alarm Die Die Schwerter raus Und, oh mein Gott, haben wir das gerade gleich gesagt? Ja, wahrscheinlich Wieso? Oh, geil, Eisen Oh mein Ach Ach Brauchst du Hilfe oder sowas? Nee, hier ist gerade die Decke eingestürzt Ähm Möchtet ihr euren Twitch-Chat im Minecraft-Chat haben? Geht mit Cursed, indem wir noch zwei Mal zu... Ach, wie cool Ah, cool Ähm, ja, wir haben zum Glück, äh, mittlerweile zwei Oh, hier ist noch was Bildschirme Aber auf jeden Fall, danke für den Chip Uh Was machst du denn jetzt? Ich hab auch noch was abgebaut Okay, also hier war Sackgasse, ne? Aber hier hoch nicht Hallo? Hier Ich glaube hier geht es Hi, was geht? Hier geht es, glaube ich, in einer der Höhlen Die ist, glaube ich, jetzt da drüber, ne? Yo Hier ist noch direkt ein Zombie Ich hab jetzt... Nein, hier ist das kleine Ding Du musst die anspringen Ja, weiß ich, aber das kleine Ding ist hier Das kleine Ding? Von dem Lachs, nee Von dem... Oh, dann müssen wir weg Von dem Tausend Wo ist das? Aber ich glaube, das kriegen wir noch hin Ja, aber das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass der in der Nähe ist, ne? Meinst du? Mhm Aber wenn wir das töten, vielleicht geht dann auch das Ding weg Okay, warte, ich muss mir jetzt auch mal eben hier die... Ich nenne es die Tausendfüßlerhöhle Ich muss mir hier auch nochmal eben einen Punkt setzen Das greift nicht an Das greift dich an? Nicht Das ist irgendwie lost Tausendfüßleraum Tausendfüßleraum, ja Wird rot, genau Tausendfüßler ist rot, so Oh, hier ist noch Eisen No problem Ich hab wohl keine Flagge, würde ich schon sagen Fackel mehr Ja, warte, dann geb ich dir welche Du kannst ja jetzt nicht Ja Hab's denn so noch mehr Du hast es aufgenommen Ja Kriegst du sogar direkt noch nehmen Danke Lieb von dir That's me Mann Oh, da ist noch noch Eisen Äh, nicht Eisen Kohle Achso, du baust es ab Okay, dann Kann ich nochmal hier hingehen? Oh mein Gott Der Enderman ist immer noch hier Ich versuch den nicht anzugucken Boah, das fällt mir immer schwer Ich guck immer Sachen an, die ich nicht angucken soll Lüb, lüb, lüb Und die Ich glaub, ich seh den Tausendfüßler Füßler Oh Wir müssen hier weg, glaub ich Wo ist er denn? Komm mit mir Auf dem Boden, glaub ich Okay, also Ich seh das jetzt richtig Die Höhle ist einfach unter unserer Höhle Über unserer Normalen Höhle Ja, da drüber Ja Ganz crazy Abgedreht Das ist wirklich Jetzt hier auch noch mehrere Schichten Da muss man auch erstmal checken Aber ich wär da gerne noch ein bisschen geblieben Hätte abgebaut Aber ich glaub, das ist zu gefährlich Wir müssen dann, glaub ich Erstmal ein paar Sachen Saben Was hör ich hier? Monster, lass mich eben kurz Eisen abbauen Das wär richtig freundlich von dir Bitte Bitte eben Eben Silenzium, ja? Wir können uns gleich weiter raufen Schreib in das Buch Ja Nee Nee Gib mir kein Zeichen Der kann auch mal Zeichen So Ist doch Sonst ein bisschen gemein Wie komm ich da an das Holz? Hä? Nee, nicht Holz Gold Wo war das nochmal? Jetzt hab ich's übersehen Au Ach egal Obwohl Ich könnte es ja mal versuchen Hier unten heißt ich links So, ist hier noch Oh, da ist noch Cola Was ist alles an der Decke? Au! Was ist alles an der Decke? Da kommen wir ja nicht gut hin Hier unten war ja der Das erste Als wir den das erste Mal gesehen haben, ne? Aber wärst du damit einverstanden Und wenn wir mal eben Da runter gehen Ich würd gerne einmal Sachen saven Aber da ist Redstone Und Jaja, das hatte ich auch gesehen Bevor ich einmal gestorben bin Ja, genau Ah nee, Quatsch Da bin ich ja gar nicht gestorben Redstone war auch hier unten Also wenn du einmal Wenn wir einmal rausgehen Weil ich brauch auch neues Essen Und sowas Fänd ich das cool Findet ihr jetzt auch noch cool Blöd Fänd ich auch voll cool, ja Warte, muss ich kurz überlegen Wo ich hin muss Wo war das denn jetzt hier? Hey, wo gehst du denn hin? Wo bist du denn jetzt? Hier Ja, hier war doch irgendwo Gold Kannst du nochmal sagen Auf welcher Höhe, genau Oh mein Gott Ich hab mich hochgebaut Ja, ja Ich wollt grad sagen Hier ist ja unser Eingang Oh Ja, den hab ich jetzt kaputt gemacht Weil hier war Oh mein Gott Oh Das ist richtig lebensmüde Ja, ich baue das doch wieder zu Hey, du hast das doch grad eigentlich mitbekommen Ich dachte Du meinst ja am Anfang Ich so Okay So schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen Aber das war schlimm Hier, da ist Eisen Kannst du das einmal einsammeln? Soll ich grad fallen lassen? Wo ist Eisen? Sammelt du das doch ein? Ja, geht ja nicht Das ist ja runtergefallen Ja, als wenn ich jetzt Da ganz runter springe Nee, runtergehen kannst du doch Nadine Kannst du doch das, was du abbaust Auch einsammeln Oh ja, dann geh ich Oh Hätten wir Ja Probier ich ihn jetzt nicht War hier nicht noch irgendwo Gold Oder was? Das Gold ist ja ganz woanders Mann, Mann, Mann Ja, egal Okay, ich baue da wieder zu, ne? Mach du mal gern Damit nicht immer jeder da runter fliegt Immer jeder? In Klammern du? Hey, du hast doch schon zugebaut Ach, das meinst du? Ja, das hab ich wirklich zugebaut Ja, natürlich Das hab ich tatsächlich umgebaut Umgebaut Okay, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Ich bin zurück Ich bin schon wieder in der gefährlichen Höhle Man kommt da ja tatsächlich Hä, wo willst du denn immer hin? Nee, man muss einfach nur anstatt links rechts laufen Und dann bist du schon da Oder? Ja Oh mein Gott Hilfe Wie komm ich hier jetzt wieder weg? Mann, ich verlaufe mich doch immer Ich komm jetzt nicht wieder zurück Ja, alles gut Hab mich jetzt schon hier ab Also es ist richtig easy in die Höhle zu kommen Wir sind vorhin voll die Umwege gelaufen Tatsächlich Perfekt Ja, die ist nämlich einfach nur gegenüber Ich zeig dir das gleich Wow Kann sein, dass ich da auch schon ein paar Mal lang gelaufen bin Und es nicht mehr weiß Ja Weil ich mich einfach Sind wir Ja, dann Gut, es wird gerade Nacht ein bisschen Ein bisschen Oh mein Gott, wir haben Winter Schneid es? Ja Ja, hier liegt Schnee Hä, wie cool Mega Jetzt ist Winter angebrochen Hier bleiben Wenn aber dann weg Dann wachsen unsere Dinger nicht mehr Schade Kleine Nadine findet nichts aus dem Bälle-Bads hinaus Bitte helft Hier Hä, wo wird's denn? Nacht? Langsam geht die Sonne unter Oh mein Gott, es fällt jetzt Schnee Ja Wie cool Hallo Hallo Wo bist du denn? Hey, wo bist du? Draußen? Hehe Das Gefühl hatte ich gerade auch Wie macht man denn nochmal ein Spielelei? Keine Ahnung Das Gefühl habe ich bei Caro täglich Hallo, du kannst mal schlafen Wie, wie jetzt auf einmal schlafen? Ich dachte, du meintest gerade Wie so Nacht Dankeschön Na katschal Ups Ich habe mit Friends auch schon ausgemacht Wie der Ort in Ark bei uns heißen wird Die Euphoria Nein Geil Oh Mann So Da muss ich noch ein bisschen Food machen Vor allem der eine Kumpel Letztendlich auch erstmal Bio 2.0 Lol Wie mache ich denn eine Suppe? Weißt du das? Ja Du machst eine leere Schüssel unten hin Und dann machst du sechs Sechs Oben hin Hä Das geht nicht Was hast du denn da hingemacht? Ne Du musst da ja erstmal Stücke raus machen Achso Die machst du mit dem Messer Hm Mit dem Messer? Soll ich das machen? Ne Ich möchte es einmal ausprobieren Okay Danke für ein Messer Ah Komm nicht Du Okay Jetzt haben wir wieder Remix Und die dann Ah Habt geschafft Cool Müssen wir erstmal Bevor wir das Gebrauchen Die Kerne davon nehmen Oder haben wir noch Kerne? Die Kerne musst du einpflanzen Haben wir noch Kerne? Ich guck gerade mal Wie mache ich eine Schüssel? Es schneit Wie cool Cool Oder hast du noch eine? Dann kann ich dir noch eine Suppe machen Warte Wir haben noch welche Okay Und leere Schüssel Aber bin ich dumm Oh wie cool Aber unser Anbau Dings ist bestimmt tot Ne Wieso? Ja dann lass nochmal Alles an Eisen nehmen Äh An Weizen nehmen Und ich glaube dann wird es nicht mehr pflanzen Äh Boah was habe ich denn für Sprachstörungen? Ganz schlimm Wir können auch eine Überdachung aus Gras machen Stimmt Das wird auch Oh geil Wie so ein Winter Wintergarten Voll cool Oder? Mhm Können wir auch noch Machen Oh mein Gott Das ist jetzt zu Wow Cool Das mit den Jahreszeiten Ist echt schön Das ist immer richtig Satisfying So viel pflanzen zu können Voll Okay Wir auf einmal sind jetzt Hier bitte nichts mehr pflanzen Wo jetzt? Hier auf der Seite Da habe ich so gepflanzt Dass So Jetzt ist es so Wie es sein soll Was pflanzt? Das Ist das überhaupt? Willst du es mal sagen? Äh Melone und Kürbis Habe ich gerade schon Geerntet Jetzt habe ich nichts mehr Ui Okay Ich bezweifle Dass es pflanzt Dass es Das ist Oh das sieht voll schön aus Hier im Winter bei uns Voll Du lässt immer die Tür auf Haben wir Tag da auf den Tür Oder was? Ja heute ist doch Tag da auf den Tür Oder habe ich mich im Kalender vertan? Nee das wäre Äh vorgestern gewesen So Ja Okay Hast du die Einladung nicht bekommen? Nee Schade Ja die ist aus Versehen Im Mülleimer gelandet Ach das passiert dir öfters Meinst du ne? Mhm Weil Ich bin halt so beliebt Ich kriege so viele Einladungen Weißt du Und deswegen Kann ich verstehen So ist das So ist das im Leben Ne Mhm Warte Die Kommen Das andere rein Kommen die hier rein So Ich wäre ready Glaube ich Ach nee Hiervon brauche ich noch was Neues Sticks Dann brauche ich noch So Das geht noch fit Cooler würde ich mal Egal Ich hab noch Schwert Ich hab noch Spitzsacke Hast du noch Fackeln? Mhm 29 Okay ich hab genug für uns beide Let's go Okay Also nacht oder? Mhm Nee geil Okay Echt voll cool mit dem Mit dem Winter Jetzt Schöne Sache Ich bin tot Ich bin tot Nein Wer stirbt Schöne Sache Harry Schöne Sache Thanks for the party Caro Gerne Gerne Betty Mir ist keiner mal das wert Geilo Wo bist du also? Okay ich zeig dir jetzt Okay Oh bin ich dumm So normalerweise gehen wir hier in die Höhle Ne? Mhm Jetzt gehen wir mal links Oha Du bist einfach ein Nee sorry Wir müssen noch einen weiter Oder? Mhm Schade Ich wollte gerade Nee ist richtig Ist richtig Ich wollte gerade sagen Du bist einfach ein Ein Spieldurchdribbler Sollen wir nicht mal langsam auch Dias suchen? Irgendwie suchen wir keine Dias Ja doch Aber wir kommen ja nie weiter Weil wir die Höhlen hier noch nicht Gesaved haben Ja perfekt Also das dann eben hier Saven Ja? Der Ähm Da ist irgendwas Grünes Ein Creeper? Mhm So ein springendes Etwas Springendes Etwas Das sieht irgendwie gar nicht böse aus Ich weiß nicht was das ist Hä? Bist du bei mir? Weiß ich nicht mehr Nee Kommst du mit? Warte ich sammle gerade Kohle Oh mein Gott Ich bin noch lebensmöde Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bis auf der anderen Seite Ja Ja welche Seite geben wir jetzt? Würde er sagen Er ist eben links Hier Das ist ein Slum Äh das ist ein Schleimdings Und was heißt das? Was ist passiert dann? Dadurch kriegst du Schleim Und das können wir für Leinen Zum Beispiel nehmen Aber sonst weiß ich nicht Okay wollen wir den sneaken dann? Also ist es okay Wenn man Also der ist nicht böse Oder was? Er teilt sich dann nur auf Also der wird immer kleiner Weißt du? Und die Aber vermehrt sich Hatten uns dann Aber hier ist gerade Kohle Ah das ist ja viel Na doch geht's Hier müssen wir auch mal eben Fackeln setzen Mhm Boah wo sind wir? Also ich hab noch nie bei jemandem gesehen Dass sie so viele Gänge und große Müllen Krass ne? Und so schnell gefunden haben Ich bin schon wieder in einem neuen Abteil hier Ich auch Ich leuchte eben aus Das ist unnormal Okay hier ist zum Glück eine Sackgasse Ich bin froh um jede Sackgasse ne? Ja ich hab auch um jede Sackgasse Richtig froh Nehme ich Echt crazy Aber warum ich immer noch Ähm Verseucht bin Verstehe ich nicht Dann nimm nochmal Milch Wenn wir gleich zurück sind Ja Milch Gute Idee Ja ich bin nur gerade wieder runtergefallen Jetzt weiß ich wieder nicht In welcher Güte ich mich gerade befinde Man kennt's Ich kenn's einfach nur zu gut Der macht aber auch Damage Aber nicht so viel Oder? Also ich mein Wenn man zu zweit da drauf geht Mit Eisen Müsste man eigentlich hinkriegen Oder? Keine Ahnung Ja gut Egal Wie viel Kohle soll da sein? Ja Oh was hat das denn jetzt? Achso Das ist nochmal dieses Türkisen ne Das aussieht wie Wie Kristall Das kannst du zum Handeln Verwenden Das weiß ich auf jeden Fall Achso Und das Schon wieder eine neue Höhle Ey das kann doch nicht sein Ah das ist aber einfach in der Mitte Okay Das ist unser Motto Wir scheißen auf Dias Kohle ist wichtiger Nee aber wenn wir welche sehen Müssen wir die doch mitnehmen Ja Ah da war noch cool Wo bin ich denn jetzt wieder? Ach hier wahrscheinlich Ja Ey hier ist so viel Ey das kann doch nicht sein Ey das muss ich eben safen gehen Caro Ich hab so viel Das kannst du dir nicht ausmalen Ja ich geh gleich auch Saben Ach Leuchtflechte heißt das Interessant Und hast das Schleimding schon erledigt? Nee Hab ich gar nicht mehr gesehen Ich weiß gar nicht wo das überhaupt war Aber ich geh auch eben Saben Wenn ich wüsste wo ich bin Und wie ich zurückkomme Aber Naja Man lebt dann nur einmal Ah hi Hi ich? Ja Hi Oh hi Ja dann lass eben zusammen zurück Saben Ich hab auch ein paar Sachen Hier Hab ich mir einen Punkt gesetzt Hier weiß ich wo wir hin können Oh nein da ist das Tausendfüßler Ding Das große Nee er ist klein Aber trotzdem Ja vor dem kleinen müssen wir keine Angst haben Das damaged hast gar nicht Und das hab ich auch alleine vorhin gekillt Aber es ist zweit Ja aber das heißt dass das Halt an dem großen ist Woher weißt du das? Aus einem anderen Stream Das ist ein Vorbote Das haben die gesagt Ja das ist ein Vorbote Komm hier rum Oh Gott Leucht Laufen wir dann jetzt in den Reih Oh mein Gott Geh weg Nee warte Irgendwie Hier rum Hier rum Jetzt hab ich's Ah das ist auch direkt nebeneinander Ja vielleicht irgendwann Wenn wir ne Schere haben Können wir es dann abbauen Wo geh's Hm? Nach Hause Also nicht nach Hause Aber wenigstens da zum Dings Okay Nee warte jetzt weiß ich nicht Jetzt lauf ich mir wieder zurück hier hin Ja jetzt Blick ich grad nicht mehr Wo wir Ja jetzt sind wir wieder in der Höhle Ja ich wollt grad sagen Du gehst zum zweiten Monsterspawner Und das ist dann genau das Gegenteil Wo wir hinwollen Hier wollen wir hin Ähm Hm? Jetzt bin ich wieder confused Weißt du dich war Hast du jetzt immer noch keinen Point gesetzt Beim Ausgang Wo denn? Beim Monsterspawner beim ersten hab ich gesetzt Doch Ich bin Nee ich bin nach Hause Aber ich muss jetzt mal gucken Wo ich mich da hinkomme Hier Warum bist du mir nicht einfach hinterher gelaufen? Dann links Okay ja Kann ich bei den letzten zwei Malen sagen Also die verlaufen war es auch Warum bist du mir nicht hinterher gegangen? So Oh grad dunkel Perfekt Guck mal auf dein Handy Einmal Ich geh kurz auf Toilette Komm gleich wieder Okay Oh mein Gott Wir haben Nacht Das ist mies Und ich kann auch nicht Mieser Dieses Timing Geht's nochmal hier hin Oh Hä Geh ich schon nicht irgendwo hin Ach das haben wir wieder zugebaut Ne Oh Oben sind jetzt bestimmt voll viele Monster Hallo 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 Oh, hier sehen wir ja nochmal die Höhle. Ach krass, man käme von der Höhle in unseren Keller rein. Boah, das wäre doch mal interessant, wenn wir durch die Höhle gehen und dann da, wo unser Keller ist, die Höhle zumachen würden. Ja, das machen wir noch, da habe ich Bock drauf. Boah, wie riesig ist die Höhle denn bitte noch, wo man auch überall hin kann. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Oh mein Gott. OMG. Aber Leute, wisst ihr denn auch nicht, wie wir... Okay. Bin wieder da. Ja, Pinkelpause, falls jemand... Ja, okay, das ist jetzt das Gutsch. Ähm, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich tue jetzt mal eben die Sachen da rein, die wichtig sind. Caro, ich hatte eine coole Idee. Ja. Und zwar, wenn du die Karte mit Y groß machst, ne? Mhm. Dann siehst du ja unser Schlafzimmer. Äh, nee, unseren Keller. Keller, ja. Und man kommt wohl von unserer Höhle aus zu unserem Keller. Sollen wir das da zubauen oder einmal dahin? Ja, lass mal kurz dahin gehen. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir da hinkommen. Einfach den Weg entlang und dann hochbauen wahrscheinlich, oder? Ich glaube gar nicht hochbauen unbedingt. War ich auch schlecht. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Wir müssen aber den Weg da entlang. Ach, das war... Ah, das war dann wahrscheinlich... Ja, weil es höher ist. Ja. Aber ja, dann den Weg müssen wir entlang. Und dann... den hier unten durch. Dann müssen wir uns so nach oben bauen. Meinst du? Warum denn unten? Ich habe das verfolgt. Super, okay. Ich glaube, hier entlang wäre das... Hä, was war das? Du sagst, hier ist aber nicht Falschaden krieg. Ich glaube, hier irgendwo... Jetzt habe ich verloren. Ja, ich auch. Ich glaube, wir müssen nochmal nach oben, oder? Ja, irgendwie schon. Würde ich jetzt sagen. Alter, jetzt ist hier aber Remix vom Allerfeinsten. Oh, ja, okay. Die Spinne ist ja schon immer hier. Ja, oder wir gehen vom Keller aus. Die Richtung wissen wir ja. Aber willst du das echt aufbrechen? Nachher haben wir Leute... Haben wir wie Creeper in unserem Keller. Und da hätte ich nicht so Lust drauf. Ja, wenn du von hier... Ich würde nochmal gucken. Okay? Aber wenn wir von hier gehen, dann preißen wir es ja auch auf. Und da kommen wir auch dann möglicherweise... Nee, aber dann sind wir ja auf der Seite. Auf der bösen Seite. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen wieder. Nein! Mann, ich verlaufe mich immer. Das ist ein bisschen belastend. Nee, falsch. Falscher. Falsche Richtung. Hier, Mann. Wo bist denn du jetzt? Ja, hier zum... Ah, hier. Ich habe es gefunden. Nee! Hä? BTS? Ich glaube... Nee, ich laufe schon wieder hier in die... Hä? Vor allem, ich habe einen Punkt gesetzt. Warum laufe ich nicht einfach meinen Punkt hinterher? Ja, nach links müssen wir... Ja, ich habe auch einen Punkt. Aber ich... Das Problem ist ja immer, wie du zum Punkt hinkommst. Hier ist nämlich falsch. Ja, da, wo du jetzt gerade bist. Ja. Wie bist denn du da jetzt hingekommen? Ich habe ja einen Punkt gesetzt. Ja, wo einen Punkt? Immer noch an unserem Eingang habe ich einen Punkt gesetzt. Weiß ich ja auch nicht. Ja, ich ja auch. Aber die Frage ist ja, wie ich da hinkomme. Rechts bin ich irgendwo rumgelaufen. So, jetzt bin ich da, oder? Hoch musst du noch. Ja, aber wo? Du bist unten drunter. Ja, und wie komme ich jetzt hoch? Hier. Guck mal hoch. Hier bin ich doch. Nicht wieder gehen. Du bist richtig. Hä? Aber wo komme ich denn jetzt raus? Welcher? Welchem Loch? Ach, so. So, von da bin ich gekommen. Jetzt raffe ich. Ja, wir spielen verstecken. Das ist ziemlich gut sogar. So, und jetzt müssen wir irgendwie erst mal nach Höchst die Sachen wegbringen. Ach so, ja, die Sachen zurückbringen, hast recht. Ach, der hast du jetzt eingesammelt, ne? Ja. Oh, jetzt gibt es überall Schnee. Okay, jetzt habe ich auch wieder Remix. Oh, das ist echt richtig schön, ne? Richtig schön. Richtig süß. Wir haben einfach immer noch keine Diamanten gefunden. Das kann doch gar nicht sein. Ach ja, stimmt. Aber ich glaube, um die zu finden, müssen wir erst mal runterbauen auf die Höhe. Und dann ist die wahrscheinlich... Hauptsache, als wir unsere Probewelt hatten, habe ich es direkt gefunden. Da war ich überhaupt nicht... Ja. Da war ich überhaupt nicht tief. Da war ich gerade nur einmal kurz in der Höhle. Wann hast du denn da Dias gefunden? Ja. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Loll. Oh. Ach, du hast das Messer mitgenommen. Ich weiß auch nicht, warum. War halt so eine Random-Entscheidung. Oh, ich werfe die ganze Zeit hier Sachen weg. Hä? Okay. Ja, also... Ja, also... Ja, gut. Hier würden wir halt direkt in die Höhle kommen. Sollen wir es einmal machen? Dann komm. Ja. Aber dann bauen wir halt schon unseren Stein wieder kaputt. Aber egal. Wir haben ja noch neu. Wir haben ja noch viel Arbeit. Wir haben ja noch viel Arbeit. Sind wir schon da? Oh mein Gott. Nee. Als wenn wir jetzt schon da sind. Ah, nee, nee, sind wir nicht. Das ist noch unsere Höhle. Achso. Ja, stimmt. Einen Wintergarten machen wir auch mal. Dann gucke ich mal, irgendwie wir jetzt da wieder hochkommen. Ja, jetzt sind wir in der Höhle schon. Lol. Hier kommen wir dann hoch. Ha! Ich wusste, dass das passiert. Was denn? Dass ich mich hier einbaue. Aber ich baue das jetzt zu hier, ne? Ja, aber wo bist du denn hier hingekommen jetzt? Ich baue das zu. Ja, wie... Also soll ich hier bleiben? Ja. Hier ist nämlich... Also, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, okay. Dann war es halt eine unnötige Aktion. Aber egal. Ja, zum Zubauen finde ich das jetzt hier gar nicht so schlecht. Was bist du? Wie, was bist du? Ja, hier. So ein Block. Ah, hier ist die Höhle. Hier sind wir. Das ist unser Keller. Habe ich gerade den Keller zugebaut? Weiß ich nicht, was du machst. Achso, du kommst jetzt von hier wieder rein. Äh, von wo muss ich denn rein? Hier. Hinter dir. Nadine, hinter dir. Nadine. Bist du doch hier? Hier. Okay. Du standest einfach die ganze Zeit davor. Hast du noch Glattenstein? Ne, ne? Glattisch. Ah, hier. Stein. Ja. Neigeil. Cool. Ne, jetzt ist auf jeden Fall die Verbindung gecuttet. Minimal, aber sie ist gecuttet. Bio, ich trinke auf dich. Okay. Dann. Ich würde sagen, dass wir für heute erstmal Schluss machen. So, ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare. Meint ihr, wir finden beim nächsten Mal endlich Diamanten? Weil diesmal haben wir... Caro, du musst noch deine Auflösung machen. Ah, dann komm ich nochmal wieder. Ah ja, ich muss meine auch noch eben beenden, weil es ist ja jetzt gar keiner mehr gestorben. Wir haben keine Dias gefunden. Dann könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieser Putt gefallen hat. Ihr könnt uns abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Und schaut bei Naka und unseren anderen Zwischenmedienkanälen vorbei. Und hier bei Twitch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.